Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, Emergency 3. Diesmal mit der Holzminden-Mod. So, wir haben ein Gewaltverbrechen. Dann nehmen wir mal ihn hier. Ja, die letzte Folge, Emergency 3, ist schon ein paar Tage her. Lag einfach daran, dass mir sowohl die Lust zum Aufnehmen, wie auch die Zeit zum Aufnehmen fehlte. Dafür haben wir aber einige schöne Folgen im Emergency 5 Wuppertal aufgenommen. Jetzt läuft er da lang. Die dann in nächster Zeit verteilt kommen werden. Aber heute erstmal müssen die Emergency 3 mit der Holzminden-Mod. Ich habe da auch schon mal kurz reingeguckt. Im Großen und Ganzen funktioniert die Mod eigentlich genau wie Winterberg. Im Großen und Ganzen funktioniert die Mod eigentlich so wie Winterberg. Heißt, gerade was Polizeieinsätze angeht, ist es genauso beschissen wie Winterberg. Heißt, solche Sachen wie Autodiebstähle etc. Da renne ich erst gar nicht hinterher. Hat sowieso keinen Sinn. Habe ich eben in der Probeaufnahme probiert. Ergebnis war, dass die halbe Stadt gebrannt hat. Von daher gucken wir uns erstmal die Holzminden-Feuerwehr an. Wir haben MTW Alt, MTW Neu, GLW, ein TLF 1625, ein TLF 2450. Auch das hat Schlauchanschlüsse. Sehr schön. Oh, Umfeldbeleuchtung gibt es auch. Oh, das waren die Schlauchanschlüsse. So, jetzt haben wir auch den ersten Brand aus. Nein. Den ersten Brand. Das heißt, wo haben wir den? Auch gleich um die Ecke. Kleiner Heckenbrand. Da fahren wir mal mit dem... Fahren wir mit dem TLF 16 raus. Und ein VU haben wir auch noch. Oh, mit Feuer. Dann schicken wir da mal den ELW hin. Rüstwagen. Das Elef. Ja, das sollte eigentlich... Das sollte eigentlich reichen. Und natürlich werden wir hier auch einen RTW brauchen. Ich finde dieses Alarmierungsmenü hier immer noch sehr... Nun ja. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ich schicke mal einen NEF auch gleich mit runter. So, die sind angekommen beim Heckenbrand. Oh, wir haben natürlich schön die Niedersachsen-Kleidung. So wie sich das gehört. Ja, die Mod ist alt. Damals wurde halt noch sowas getragen in Niedersachsen. Na, kannst du nicht anschließen? Doch, da. So, machen wir hier mal schnell das Feuer aus. Okay, hier ist das Feuer von alleine ausgegangen. Dann fahren wir mal besser auf die andere Seite. Sehe ich gerade. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Oh, noch ein VU. Oh, haben wir Taucher? Haben wir hier irgendwie... TSF? Drehleiter? Aber wir haben hier keine Taucher, oder? Nee. Wo kriege ich denn jetzt? Vielleicht vom THW? Ja, beruhig dich mal. Achtung, Polizeieinsatz. Achtung, Polizeieinsatz. Ach, guck mal hier. Wasserrettung. Zur Zeit ist kein Fahrzeug zur Wasserrettung verfügbar. Cool. Äh, die fahren jetzt natürlich falsch. Ähm, die sollen mal... Die können mal da hochfahren. Genau wie die Wasserrettung. Auf die Weg. Und in der Zeit muss ich mal ganz schnell... Hier die Person befreien. Wird gemacht. Okay. Irgendwo rennt hier, glaube ich, auch der Amokläufer rum. Okay, der schießt nur gegen ein Schild. Das ist... Okay. Äh, wo ist denn die Pole da? Und er schießt auf den nächsten Fußgänger. Nicht auf das Auto. Nein. Böse. Böse. Aus. Wo ist denn jetzt? Äh. Warum ist das so außer Kontrolle geraten? Das war doch nur ein Heckenbrand. Was könnte das denn so eskalieren? Sofort. Auf den Weg. Okay, wir brauchen drei RTWs. Ähm. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Polizeieinsätze hier nicht mag? So. Drei RTWs. Okay, so viele RTWs haben wir gar nicht. Auch gut. So, hier könntest du Wache fahren. Na, ach komm. Ihn will ich haben. Ja, da sterben jetzt natürlich alle, aber ich habe keinen Rettungswagen. Was ist denn... Ey, wieso ist das denn so... Das war doch nur ein Heckenbrand. Das war doch nur ein Heckenbrand. So. Gucken wir mal... Ob wir das hier irgendwie noch unter Kontrolle kriegen. Auf dem Weg. Dann kann auch mal... Wird gemacht. So, hier haben wir schnell den Notarzt. Bin unterwegs. Bin in Arbeit. Auf dem Weg. Also, vernünftige Clickpoints hatten die Fahrzeuge damals nicht. Dann fahren wir mal noch mit dem Elef da hoch. Elbe kann eigentlich auch gleich hinterher. Bin unterwegs. Gut. Ihr macht das schon, Jungs? Schon unterwegs. Na gut, das sind alles nur DLRG-Helfer. Die können ja alle nicht tauchen hier. Sofort. Ah, Taucherausrüstung anlegen. Okay. Dann kannst du mal nach dem Auto tauchen. Ist wahrscheinlich eh alles schon viel zu spät. Ne, hab ich jetzt keine Kapazität für. Lass mich raten. Wahrscheinlich auch. Ja, natürlich im Wasser. Ja, ähm... Tut mir leid, hab ich keine Kapazitäten für. Funktionierst du als Kran? Okay, der funktioniert nicht als Kran. Das heißt, der ist eigentlich total... ...unnötig hier. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Kriege ich den Kran her? Jo, alles klar. Alles klar. Weißt du, nur weil ein so ein bescheuerter Typ auf ein Auto geschossen hat, ist hier gleich so ein Chaos. Ja, natürlich. Ja, klar. Ach, komm schon. Ja, im Prinzip... ...im Prinzip sagt das eigentlich... Okay, ich muss kurz korrigieren. Das war ja nicht, weil der Typ aufs Auto geschossen hat. Das war so ein mickriger Heckenbrand. Aber im Prinzip sagt das ja gerade alles über Immersion C3-Modifikationen aus. Denn egal, ob wir jetzt... ...Winterberg nehmen oder Holzminden... ...mickriger Hecken... ...mickriger Hecken... ...mickriger Hecken... ...ne, ne, 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 Autofahrern... Oh, Mann. Bin unterwegs. Es ist immer... ...das Gleiche. ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen ich habe eben schon mal versucht holzminden aufzunehmen und da ist genau das gleiche passiert allerdings hat da eben schütze auf ein auto geschossen dadurch ist mein streifenwagen explodiert die komplette streifenwagen besatzung war tot und es hat dann hier oben im ganzen industriegebiet gebrannt ja nee ernsthaft jetzt spiel wahrscheinlich brennt die ganze kirche bis das elf da ist also ich werde das video trotzdem einfach hochladen damit ihr mal seht was damals eigentlich so sache war das was will man hier machen warum habe ich auf der ganzen map gefühlt drei rtws aber zigtausend tote mittlerweile obwohl ich das gebäude gelöscht habe konnte ich es nicht mal retten hey es brennt schon wieder die feuerwehr ich habe ein déjà vu zu winterberg so wie sieht es hier unten aus hier brennt auch schon alles bahn schranke unwichtig okay kann man so machen die fahrzeuge haben natürlich so blöde physik dass die physik vom fahrzeug bis hier vorne hin geht und man die leute nicht richtig anklicken kann aber ich glaube zumindest das bekommen wir unter kontrolle ja guten kran habe ich glaube ich immer noch nicht gefunden dafür vielleicht nehme ich einfach den fahrzeug eingetroffen ja sicher ein waldbrand womit denn ich habe nichts mehr ich kann eine drehleiter runterschicken und dsf habe ich noch natürlich spiel waldbrand genau das brauche ich jetzt jetzt kann ich den agt nicht anklicken hallo abkuppeln du musst auch mal ganz dringend abkuppeln du nimmst deine ts wieder auf hallo ts aufnehmen und dann wo war der waldbrand jetzt hier naja ok den kran brauchen wir hier vielleicht wahrscheinlich braucht man eher nicht mehr ja gut der kran kommt sowieso nicht mehr durch das 11 16 schon ja ich habe keine rettungswagen mehr frei tut mir leid mussten sterben ja die rtw sind alle schon im einsatz geht nicht kommt man auch irgendwie an den wald dran naja man kommt gar nicht an den wald dran auch schön na dann so äh frontpumpe also nicht dass ich jetzt hoffnung hätte wir würden hier irgendwas schaffen aber ja man muss ja mal man muss es ja zumindest mal ausprobieren man muss es ja zumindest mal ausprobieren wie hier auch alles abgebrannt ist als ob die das hier nicht irgendwie ja natürlich brennt hier alles ab ja komm den kriegen wir doch auch nicht mehr aus haben wir ein löschflugzeug holen wir wenigstens das mal auf die karte und wir können auch mit schiffen löschen die gibt es zwar glaube ich nicht in holzminden aber ja hey was wir haben haben wir da kommt fahrt er mal runter zum wald ach so weit können die da gar nicht dran fahren ja ist ja schön hey das feuer breitet sich aus löscht mal schon unterwegs auf dem weg fährt das boot hin kann das hier rein fahren nee schade ja gut ich glaube ihr habt gesehen hier entsteht das reinste chaos ja ampel defekt was soll denn hier noch passieren da passiert doch nichts mehr ja Bahnübergang ist auch schon zu spät auch natürlich das flunkenfug über die halbe map hier na komm lassen wir die mal abbrennen hier mal gucken wir in die feuerwehrautos explodieren also bitte aus so einem kleinen heckenbrand so ein chaos mit zigtausend toten weil man hat ja hier irgendwie nur zwei oder drei rtws anscheinend ja zurzeit ist kein rettungswagen verfügbar heißt man hat hier insgesamt zwei hier ist der dritte oh der ist verstorben im rtw verstorben cool man hat insgesamt drei rtws jetzt zur verfügung von daher ja nein danke hier machst du nichts mehr kein problem kein problem ich bin unterwegs kein problem wie sieht es im wald aus auch nicht viel besser Oh, noch ne Ampel ist weg, joo, alles klar, ja, ja moin, ist klar, joa, ok. Ja, gut, Polizei natürlich auch, ne. Ja, ich glaube, ich beende dann die Folge an der Stelle einfach. Es hat keinen Sinn mehr. Es ist ja schlimmer als in Winterberg. Ja gut, jetzt kann auch die ganze Map abfackeln. Ja, genau. Und ich hab gedacht, die Missionen von die Merchants C3 wären schwierig. Aber das hier... Naja, gut, ähm... Kann das mal aufhören, hier zu explodieren? Ich mach das ganz einfach. Ja, das war Chaos. Aber wie gesagt, es war meine zweite Aufnahme, die erste lief genauso und... Ich denke mal, es reicht, um die Mods zu zeigen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ähm... Ich werd mir noch mal ein paar andere Mods angucken. Wenn ich noch ne Mod finde, die sich vernünftig spielen lässt, ohne dass das reinste Chaos ausbricht, vielleicht kommen noch Videos. Ansonsten... War's das vielleicht auch einfach mit die Merchants C3. Ich muss mal gucken. Eigentlich hab ich schon noch so ein, zwei Mods im Auge, die man sich mal angucken könnte. Da ist, glaub ich, auch eine dabei, die hat ne neue Freeplay-Map. Vielleicht passiert da ja nicht so ein Chaos. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einer der nächsten Folgen. Wie gesagt, für alle, die Emergency mögen, es wird auf jeden Fall noch irgendwas kommen. Und wenn's dann einfach irgendwann mit Emergency 4 weitergeht. Ansonsten, checkt einfach mal den Kanal aus. Es gibt das ein oder andere Emergency 5-Video mit der Wuppertal-Mod. Zusammen mit Marcel und Tommy, alias D-Striker und Lights Out Gaming. Mit denen hab ich so ein bisschen Multiplayer gespielt. Da haben wir, glaub ich, bisher drei Folgen online. Ansonsten, da wird auch noch einiges mehr kommen. Checkt das mal aus. Checkt die anderen Kanäle aus von den beiden, mit denen ich da spiele. Falls ihr noch nicht genug von den Merchants hier habt. Bis dahin. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020